Grüß euch liebe Enstall-CV-Zuschauer. Der David ist hier auf der Sporthauser Keibling. Bitte denkt euch auf einen Wintercheck bei euren Skiern, nicht nur bei den Autokern, die Raden gewechselt. Einen Skikern herkriegt, damit ihr so ein optimales Pistenvergnügen habt. Jetzt haben wir eine Skiservice-Aktion. 15 Euro für die Erwachsenen, 10 Euro für die Kinder. Bringt uns euch eine Ski. Bis 30. November gilt es. Pfiat denk!